Das ist in der Tat so, dass wir jetzt unsere, ich sage mal, nicht ausländischen Gäste, sondern Nachbarland begrüssen dürfen. Und zwar machen die beiden das, wenn ich richtig verstanden habe, gleich zusammen. Also wir hören nicht zwei verschiedene Vorträge, sondern es funktioniert irgendwie so, dass die beiden das zusammen präsentieren. Und das zeigt ja auch, dass die beiden Herrschaften in einem Prozess drin sind, wo sie eine Vertrauensgrundlage geschaffen haben. Und das ist was ganz Wichtiges für diese Geschichten, über die wir hier reden. Und in diesem Sinne, Bühne frei. Ja, einen wunderschönen guten Mittag. Ist das besser so? So, so, hören Sie mich? Ich kann das auch ohne Mikrofon. Ja, Vertrauensgrundlage. Ich weiß nicht, ob Sie auch immer einen Berater brauchen. Einer meiner Berater war Sarah Sani, der Löwenbändiger. Ich hoffe, Sie haben gut zum Mittag gegessen. Er hat gesagt, geh nie in die Arena, wenn die Löwen noch nicht gegessen haben. Sie hatten gerade eine Mittagspause, darauf baue ich. Ja. Wir haben ein paar Folien mitgebracht, um sie einzunehmen in das, was wir da verpräfiziert haben. Und das ist das, was wir jetzt tun werden. Wir haben zu viele Folien. Und zum einen geht es natürlich um die öffentlichen Auftraggeber. Wer ist das? Schön, dass wir hier sein dürfen. Und ich habe nicht vor, Ihnen zu sagen, was bei Ihnen passiert. Ich habe nur vor, Ihnen zu sagen, was bei uns passiert. Und das wiederum hat aber schon einige Jahre Hintergrund und hat damit zu tun, wer wir sind als Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung. Eingangs habe ich schon dreieinhalb Sätze dazu gesagt. Und hat auch was damit zu tun, wo die Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung spezifisch angegliedert ist. Der Teil, den ich vorhin, glaube ich, noch nicht genannt habe, ist, dass im Beschaffungsamt des BMI die zentrale IT-Beschaffung angegliedert ist. Und das ist eine Abteilung, in der für die IT des Bundeszentral eingekauft wird. Noch nicht so lange, vor zehn Jahren, aber wurde für die IT des BMI zentral eingekauft. Und zu dieser Zeit hat man sich die Frage gestellt, wie man mit dem Thema Menschenrechte in der IT-Beschaffung umgeht, weil das war die Zeit, wo medienwirksam besprochen wurde, wie die Menschenrechtsverletzungen in der IT-Beschaffung so aussehen. In der Vorbesprechung bin ich noch mal darauf hingewiesen worden, erkläre noch mal bitte, was die Funktion der Kompetenzstelle ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, in welcher Rolle wir diese Verpflichtungserklärung hier verhandeln können. Ich habe es vorhin gesagt, unsere Aufgabe ist es, Bund, Länder und Kommunen, alle öffentlichen Auftraggeber darin zu unterstützen, Nachhaltigkeitskriterien mit in ihre Verfahren mit einzubinden. Und das tun wir auf der einen Seite, indem wir, ich sage immer gerne, an der Werkbank eine Hotline haben. Also man kann uns anrufen und eine E-Mail schreiben und sagen, ich muss einen Rahmenvertrag zum Thema Kettensägen ausschreiben. Gibt es da Nachhaltigkeitskriterien? Und dann sagen wir, ja, viel mehr als Sie denken. Nämlich zum Beispiel kann man die mit Elektro betreiben oder leise. So, das ist der eine Teil unserer Aufgaben. Und der andere Teil ist, die Probleme, die es gibt, die alle öffentlichen Auftraggeber betreffen, aber keine alleine lösen kann, die anzugehen. Das sehen wir auch als Teil unserer Rolle. Vielleicht ganz kurz noch, weil ich das immer interessant finde, einen Hintergrund dazu. Also wir sind im Moment ein Team von zwölf Personen und waren es aber nicht immer. Wir haben gestartet mit fünf Personen, mich inklusive. Und in diesen zwölf Personen ist auch das Team, was für die EMAS-Zertifizierung unseres Hauses zuständig ist, also für die Umweltmanagement-Zertifizierung unseres Hauses zuständig ist. Mit inbegriffen. Ja, und auf der anderen Seite sind wir ein Industrieverband, der eine lange Tradition hat, so lange wie es in Deutschland schon die Urheberrechtsabgabe gibt. Das hat uns alle auch so ein bisschen in diesem Verband getrieben. Und in diesem Verband sind wir ein Ansprechpartner gewesen, um zu sagen, wir suchen eine Regelung für die Umsetzung der Sozialkriterien, die Kontrolle der Sozialkriterien in der öffentlichen Vergabe. Das hat 2012 angefangen. Das ist relativ lange her. Ich war damals neu. Alle Stühle waren besetzt. Wenn dann irgendwie so ein neuer Stuhl reingeschoben wird, dann ist das wie Reise nach Jerusalem. Wenn sie sich nicht beeilen, macht ein anderer zwei Stühle. So bin ich an den Job gekommen, weil ihn damals wirklich keinen interessiert hat. Im Laufe der Zeit hat sich das sehr verändert. Ich habe auch eine SA8000 Auditor-Ausbildung machen dürfen. Vielen Dank an meinen Arbeitgeber. Und so ist es dazu gekommen, dass wir eine Verhandlungsdelegation gestellt haben, die sich damit an den Tisch gesetzt hat. Das ist ein bisschen die Geschichte. Sie oder ich? Gut, ich. Das passiert dir nicht wieder. Also wir haben am Anfang eine Version erstellt, die genau so ist, wie Sie das nicht möchten. Der Hersteller hat erklärt, alles ist in Ordnung. Oder auch unterschrieben. Dass wir dafür, ich sage jetzt mal, in der Öffentlichkeit relative Prügel bezogen haben oder zumindest keine Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Das können Sie sich vorstellen, weil das ist genau die unterste Schublade, in die wir nicht hineingehören. Und dabei kann ich vielleicht auch mal erwähnen, dass wir kurz darauf natürlich die zweite Version erstellt haben. Heute sind wir, wie man unschwer erkennt, in der Version 3. Aber man hat natürlich auch so ein bisschen, was macht dieser Interessensverband, der Hersteller da? Wieso verhandelt der da mit? Warum arbeitet der da kreativ mit? Und ich glaube, das ist erstmal so eine Message, die möchte ich wirklich gerne loswerden. Da ist nichts zu verhandeln. Wir alle haben nicht im Ansatz erwogen, die Menschenrechte in irgendeiner Weise zu verhandeln. Die Menschenrechte sind einzuhalten. Und wir alle zusammen, die, die sie fordern und die, die Waren herstellen, haben einen gemeinsamen Weg zu suchen, wie man das vernünftig nachweisen kann. Denn jede andere Konstellation will niemand, auch niemand von der Industrie. Kein einziges Industrieunternehmen, auch die, die nicht die öffentliche Hand beliefern, kann es sich leisten, mit der Menschenrechtsverletzung irgendwie in Verbindung gebracht zu werden. Nicht einmal die Andeutung wäre etwas, was man ertragen könnte. Daraufhin haben wir das Ding weiterentwickelt. Und den zweiten Teil machen Sie. Ja, ich füge zu dem ersten Teil noch anderthalb Sätze dazu. Das finde ich nämlich einen ganz, ganz wichtigen, hinzufügen, nicht verbessern. Das finde ich nämlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Anfänge dieser Erklärung habe ich, anders als Herr Elschner, nicht mitbekommen. Aber ich habe noch einen Kollegen im Team, der es mitbekommen hat und außerdem die Akten gesichtet. Und ich glaube, das ist von vorneherein immer die Idee gewesen, zu sagen, wir haben ein gemeinsames Problem. Und das gemeinsame Problem ist, wie gehen wir damit um, dass es Menschenrechtsverletzungen in der ITK-Lieferkette gibt. Und das ist, finde ich, für die Frage der Verhandlungen ganz, ganz wichtig, weil Herr Elschner das gerade schon gesagt hat, dieses Problem wird halt nicht in Frage gestellt. Der Verhandlungsteil beläuft sich auf die Frage, wie fordern wir das dann ab? Wie gehen wir damit um? Und eigentlich, ehrlich gesagt, ist es eine gemeinsame Lösungssuche an ganz vielen Stellen. In dem Prozess hat natürlich jeder so seine Anliegen. Das ist schon klar. Aber am Ende ist es ein gemeinsamer Weg, auf der Suche mit diesem Problem umzugehen. Würde ich das mal zusammenfassen. Nach der ersten Version, Herr Elschner hat es gesagt, das war eigentlich eine schlichte Eigenerklärung, war klar, man wird an das Thema rangehen müssen, wie das Ganze nachgewiesen wird. Und jetzt möchte ich auch noch mal kurz einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und ich kann nicht so gut einschätzen, wie tief Sie im Thema drinstecken, alle miteinander. Aber vor ungefähr zehn Jahren, als ich das erste Mal mit diesem Thema zu tun hatte, gab es am Markt einfach praktisch keine Nachweise zu diesem Thema. Es gab erste Unternehmensinitiativen, die sich mit dem Thema Menschenrechte in der Lieferkette, in der internationalen Lieferkette auseinandergesetzt haben. Aber es gab nichts, was auch nur annähernd mit Überprüfungsstandards, Auditing etc. zu tun gehabt hätte, worauf wir uns hätten beziehen können. Und es gab vor allem auch keine breiten Wirkungen innerhalb der bietenden Unternehmen. Und auch das noch mal kurz zum Hintergrund der Problemlage. Wir haben das in der Kaffeepause vorhin besprochen. Sehr häufig, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit in der Beschaffung geht, sprechen wir darüber, was die Probleme der öffentlichen Auftraggeber sind. Und ich stehe hier für die Seite der öffentlichen Auftraggeber. Ein Teil der Probleme der öffentlichen Auftraggeber kann es aber auch sein, keine Angebote zu bekommen. Also man muss sehr genau die Kriterien, die wir fordern, an den Zielkonflikt orientieren. Und der Zielkonflikt ist, wir möchten gerne möglichst hohe Nachhaltigkeitskriterien in möglichst gut qualifizierter Art und Weise abfordern. Wir brauchen aber auch die Bieter, die das dann mitlaufen und mitlaufen können und mitlaufen wollen. Und das ist genau einer der entscheidenden Punkte, warum das Gespräch mit Bitkom so essentiell ist, weil wir auf die Art und Weise eine breite Wirkung im Markt haben und das Feedback bekommen, dass die Unternehmen können und liefern werden, was wir ihnen abfordern. Herr Elschner winkt mit den Folien. Wir haben also in der Version 2014 das erste Mal eine Form von Nachweisregime eingebracht. Das war der große Schritt. Und dann haben wir uns in den Jahren danach, 2017 bis 2019, damit auseinandergesetzt, was könnte der nächste Schritt sein. Und wir haben in der Session heute Morgen zum Thema Nachhaltigkeit dazu gehört, wie das alles mit der Lieferkette ist und an welchen Stellen wir in der Lieferkette ansetzen. Und das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt für diese Verhandlungen. Wir, wenn wir über die Lieferkette sprechen, sprechen als Beginn der Lieferkette über den Moment, wo die Endfertigung passiert, also die Endkomponenten zusammengeführt werden, wenn es um die Hardware geht. Wenn es um das Thema Software und Cloud-Lösungen und so weiter geht, gibt es weitere Herausforderungen. Ohne Frage, die sind uns bewusst. Aber das ist der Beginn der Lieferkette und in der Version 2019 haben wir das erste Mal gemeinsam adressiert, es gibt Zulieferer und für Größtaufträge, das heißt über 50 Millionen, wollen wir auch diesbezüglich Zertifikate sehen. Er weiß, warum er das zu mir gibt. Ich versuche das mal ganz knackig zu formulieren, womit wir arbeiten in dieser Verpflichtungserklärung. Also wir haben zum einen einmal gesetzt, wir haben einen Katalog an Menschenrechten, den wir eingehalten sehen wollen, auf der obersten Ebene. Und dieser Katalog an Menschenrechten orientiert sich an den ILO-Normen. Version 1 und 2 an den ILO-Kernarbeitsnormen. Für diejenigen, die eingeweiht sind, wissen, das ist der Kern der Arbeitsrechte. Mittlerweile adressieren wir auch weitere ILO-Normen. Die ILO bietet sich deswegen an, weil es eine Unterorganisation der UN ist, das heißt, es ist ein weltweiter Standard, der im Übrigen auch nach einem System der Multi-Stakeholder-Arbeit funktioniert, weil Nationalstaaten und Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in der ILO organisiert sind. Das heißt, man hat auch da eine Abbildung von allen Stakeholdern, die notwendig sind, um Arbeitsbedingungen zu formen. Also wir orientieren uns an den ILO-Normen. Dann haben wir festgelegt, über welche ILO-Normen reden wir und dann haben wir in der öffentlichen Vergabe die Herausforderung, dass die ILO-Normen sich an die Nationalstaaten wenden, nicht an die Unternehmen, sondern die Nationalstaaten müssen das übersetzen. Das heißt, wir gehen dann her und sagen, wir erwarten von den Unternehmen, dass sie ihr nationalstaatliches Recht einhalten. Ist der Produktionsstandort nicht in der Schweiz, was bei IKT in vielen Fällen so sein wird, um das mal so zu formulieren, dann eben nicht Schweizer Standard, sondern den des Nationalstandortes. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was fordern wir denn jetzt in der Vergabe? Also das ist schön, dass wir den Unternehmen das abfordern, aber was fordern wir jetzt in der Vergabe, um uns das nachweisen zu lassen. Und dann sind wir in den Diskussionen 2017, 2019 zu dem Ergebnis gekommen, dass es bestimmte Standards gibt, mit denen wir arbeiten können und die unserem Anspruch genügen. Dann haben wir es geschafft, ehrlich gesagt, mit harter Arbeit diesen Anspruch einmal abstrakt zu formulieren. Den haben wir dann in die Verpflichtungserklärung mit eingebracht. Und dann haben wir gesagt, welche gibt es denn am Markt? Und dann sind wir wirklich mit allen Standards ins Gespräch gegangen und haben bis ins letzte Detail mit diesen Standards einmal geklärt, was könnt ihr uns liefern, was bildet ihr ab, wie funktionieren eure Auditprozesse, wer geht mit dem Klemmbrett wohin, wenn ihr einen Fehler findet, was passiert denn dann? Wird es dann geknickt, gelocht und geheftet oder gibt es einen nachgelagerten Beseitigungsprozess etc.? Und das ist eben die Ebene, die wir als Team, als Verhandlungsteam von unserer Seite, von den Öffentlichen und von Bitkom zusammen liefern können, die ein einzelner öffentlicher Auftraggeber nie würde liefern können, weil das einfach unfassbar komplex und aufwendig ist, sich da durchzubeißen. Und dann, letzter Punkt und dann gebe ich das Mikro zurück. Genau, und dann war das Feedback, dass es Standards gibt, mit denen wir arbeiten können, die wir aber so auch vergaberechtlich, wir arbeiten auf Grundlage des EU-Rechtes, nicht einfach fordern können, weil es sich um Unternehmensstandards handelt. Und das EU-Recht geht im Prinzip her und sagt, ihr dürft nur mit Auftragsgegenstandsbezug arbeiten, das heißt, ihr dürft nur die Bedingungen setzen für die Gegenstände und Dienstleistungen, die ihr tatsächlich kauft. Ihr dürft keine grundsätzlichen Anforderungen an Unternehmen im Vergabeverfahren stellen, es sei denn, sie sind gerechtfertigt durch die Dienstleistungen oder Produkte, die ihr kauft. Im Ergebnis müssen wir den Unternehmen also die Möglichkeit geben, auch mit einer anderen Art und Weise uns nachzuweisen, dass sie das, was wir da an ILO-Normen abfordern, auch tatsächlich einhalten. Und so kamen wir dazu, dass wir einen Fragenkatalog produziert haben, in dem wir die einzelnen ILO-Normen adressiert haben und gesagt haben, liebes Unternehmen, ihr müsst uns bei Angebotsabgabe, nein, Entschuldigung, ihr müsst uns bei Angebotsabgabe zusichern, dass, wenn der Vertrag läuft, ihr uns die Nachweise schickt. Und die Nachweise, die wir von euch haben möchten, sind entweder die Zertifikate, die wir geprüft haben, oder ein Fragenkatalog, in dem ihr uns aufschreibt, was ihr tut, um das jeweilige Menschenrecht zu adressieren. Und wenn wir nachfragen, welche Unterlagen ihr uns schickt, um uns das nachzuweisen. Perfekt, das hätte ich nicht besser machen können. Ein kleiner Punkt, der sich hier, glaube ich, ganz gut zeigen lässt, ist, wir haben eine Verhandlungsdelegation gehabt, die zusammengesetzt war auf Seiten der Industrie der verschiedenen Betroffenen. Also wir hatten Firmen dabei, die eine eigene Fabrik besitzen, wie das zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber Epson der Fall ist. Wir hatten aber auch Marken dabei, die grundsätzlich keine eigene Fabrik haben. Wir hatten Systemhäuser dabei, weil die sagen, das ist ja ganz toll, was ihr hier aussandelt, aber ich muss das Angebot abgeben. Herzlichen Dank nochmal dafür. Also wir hatten die dabei, wir hatten KMU dabei, wir hatten einen Softwarehersteller dabei. Also wir haben da an der Zusammensetzung schon versucht, dass das funktioniert. Und wir waren immer praxisorientiert. Und da kam eben zum Beispiel auch die eine Idee, dass der Einkäufer womöglich abends frei hat und vorm Fernseher sitzt. Jetzt weiß ich nicht, wie die Nachrichtensendung in der Schweiz heißt. Also bei uns würden die dann Tagesschau gucken. Und es kommt wieder ein Rasa Plaza, es kommt wieder irgendeine schreckliche Meldung über die Zustände, die in solchen Fabriken herrschen können. Und da haben wir uns gedacht, es wäre ja zum Beispiel unheimlich einfach, wenn wir das Interesse der öffentlichen Hand an den Sozialkriterien einfach mal so mit über den Vertrieb in die Fabrik leiten, dass wir einfach fragen, wo wird das Produkt genau hergestellt? Wie lautet die Adresse? Wer ist der Manager dieser Fabrik? Wie lauten seine Kontaktdaten? Nur alleine vielleicht für den Nebeneffekt, dass man eben abends vor dieser besagten Tagesschau sitzt und feststellt, okay, Produkte, die ich eingekauft habe, sind jetzt nicht dort hergestellt worden. Ja, wir haben vier Zertifikate herausgesucht, die eine Überprüfung der Bedingungen in den jeweiligen Fabriken durch externe Dritte sicherstellt. Das ist ganz wichtig. Es reicht keine Mitgliedschaft im RBA. Es reicht keine Mitgliedschaft bei Amphori. Beim SA8000 kann man nicht Mitglied werden, deswegen hat sich das erledigt, beim TCO auch nicht. Sondern ich muss mich deren Validation-Programm unterwerfen, muss natürlich meinen Obolus bezahlen. Wenn man so will, ist das am Ende tatsächlich von der Industrie bezahlt. Aber ich habe keinen Einfluss darauf, welches Büro oder welche Auditoren entsendet werden, um diese Fabrik zu screenen. Ja, aber ihr müsst ja irgendeinen Vorteil haben als Industrie davon, wenn ihr euch jetzt diesen Club anschließt. Sonst könntet ihr auch zu SA8000 gehen. Ja, es gibt auch dunklere Stellen, nämlich natürlich in der Wiederholung dieser Audits, dass man die Corrective Action Plans abwartet, bis dann eben auch ein Result rauskommt, den man haben will. Und diese Management-Systeme, die da hinterlegt werden, sind sehr umfassend. Und ich höre immer wieder, ich weiß nicht, wo das heute war, irgendwo hat jemand gesagt, naja, und dann wurden die Kinder vielleicht versteckt, solange der Auditor da ist, nach dem Motto, das ist unser Bällchenbad, die spielen da nur mit den Schraubenziehern. Sondern es ist tatsächlich wesentlich umfangreicher. Also alle diese Systeme zum Beispiel bedingen, dass in jeder Sprache, in der es Mitarbeiter in der Fabrik gibt, die Rechte an der Wand stehen. Das klingt lächerlich, ne? Aber es ist wahnsinnig schwierig, wenn sie einen Mitarbeiter jeden Tag lesen lassen, was er für Rechte hat, aber dann meinen, nee, das heute aber nicht. Also sie haben tatsächlich auch Systeme dahinter, die sich kontrollieren lassen. Und nicht nur in dem Moment, in dem sie da sind, sondern tatsächlich fortgesetzt. Und beim SA8000 zum Beispiel haben sie immer eine angekündigte Kontrolle und eine nicht angekündigte Kontrolle im Wechsel. Das sind die Zertifikate, die wir akzeptieren, weil sie entsprechend ausgearbeitet sind. Die Lieferkette. Ganz kurzer Satz noch zu den Zertifikaten. Für die öffentlichen Auftraggeber ist das aus meiner Sicht der entscheidende Faktor. Das Problem, das wir ja immer wieder haben in der öffentlichen Ausschreibung, ist, dass wir, also zum einen das Vergaberecht sagt uns zumindest nach EU-Standard und bundesdeutschem Standard, hier muss ich gleich das Wort übergeben, ja, aber nach unserem Standard, ich darf nur Sachen fordern, die ich am Ende auch überprüfen kann. So. Und das ist ehrlich gesagt vor dem Hintergrund, dass wir Wettbewerbsverzerrungen vermeiden wollen, auch notwendig, das so zu sehen. Ansonsten hätte ich ja die Gelegenheit oder hätte ich ja die Situation, dass das eine Unternehmen mir was unterschreibt, einfach blanke und nix macht, damit eine deutlich höhere Gewinnmarge hat, weil sie Ausgaben nicht haben. Das andere Unternehmen tut, was es soll und hat deswegen eine geringere Gewinnmarge. Und ich habe auf die Art und Weise unterschiedliche Möglichkeiten, Preise anzubieten. Die Wettbewerbsverzerrungen können wir nicht dulden. Und das ist einer der ganz entscheidenden Punkte, warum es essentiell ist, dass das Nachweissystem taugt. Und deswegen haben wir auch so wahnsinnig viel Zeit da rein investiert, uns wirklich bis ins letzte Detail mit diesen Systemen auseinanderzusetzen, damit wir verstehen, damit wir, bevor wir diese Unterschrift leisten, ja, unter diese Verpflichtungserklärung, verstehen, dass wir dieses Risiko möglichst gut eingedämmt haben. Und, ganz ehrlich, wir sind ein Haus, in dem professionalisiert IT eingekauft wird. Und trotzdem sind unsere Kolleginnen und Kollegen nicht in der Lage, in jede Fabrik zu gehen. Ja, also wir brauchen ein System, welches die tatsächlichen, tagtäglichen Überprüfungen so nach außen verlagert, dass es aber glaubwürdig ist, weil wir können das nur bis zum sehr geringen Teil tagtäglich selbst prüfen. Wir sind im Prinzip darauf angewiesen, dass wir eine Aktenlage haben, mit der wir arbeiten können. Und deswegen ist es so essentiell, dass wir mit den Zertifikaten arbeiten und versuchen, die Unternehmen über die Zertifikate zu kriegen. Und dass wir das andere Nachweissystem, also den Dokumentenkatalog, so gestalten, dass es für uns noch handelbar ist. Weil, wenn wir den Fragenkatalog, also wir haben eine Beschränkung, ja, wir haben gesagt, der Fragenkatalog darf nicht länger, und jetzt möge ich bitte nicht lügen, neun Seiten, glaube ich, sein, nicht länger als neun Seiten sein. Weil keiner der Beschaffenden hat Kraft, Nerven und Kenntnis, ein Telefonbuchausführung zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht bei der IT-Produktion zu studieren und zu bewerten. Das ist in der alltäglichen Beschaffungspraxis unrealistisch. Und deswegen müssen wir Wege finden, wie es dann für alle öffentlichen Auftraggeber funktioniert. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Eben wurde auch irgendetwas gesagt, dass diese Audits ja nicht öffentlich sind. Ich kann die nicht von außen eingucken, die liegen nicht irgendwo im Internet. Und dafür möchte ich meine Lanze brechen. Weil wir als Industrie, wir haben auch legitime betriebliche Geheimnisse. Und wenn wir es offenlegen würden, ich nehme immer dasselbe Beispiel, ich weiß ja nicht, wer hier so alles sitzt, aber wir alle brauchen Netzteile. Und wir alle kaufen womöglich die Netzteile, ohne dass unser Verkäufer, der uns die Netzteile verkauft, sagt, dass wir sie alle beim selben kaufen. Würde aber mein Konkurrent oder vielleicht auch ich oder wer auch immer rausbekommen, dass genau diese Fabrik maßgeblich ist für alle Netzteile und ich damit auch Lieferengpässe produzieren könnte, wäre das natürlich vielleicht eine Akquise, die ich gerne hätte. Das heißt, solche Dinge, weil wir ja in die Lieferstufe weiter runtergehen, sind tatsächlich geheim. Und die sind auch nicht nur in Asien geheim, wo ich eine Fabrik habe, die Elektronik produziert, sondern das linkt legitime Geheimnisse, die auch wenn hier in Deutschland von der Lebensmittelaufsicht ein Restaurant geprüft wird, selbstverständlich Maßnahmen ergriffen werden, aber es wird nicht katalogisiert, aha, dieses Restaurant kauft übrigens in der Metro und da und dort und hier und auf dem Markt und auf dem Fisch und da und dieses und jeder andere, der gerne auch so ein Restaurant aufmachen kann, kann das gerne mal nachmachen. Also das sind legitime Geheimnisse, die bei den Zertifikaten auch geschützt werden und das möge man uns nachsehen. Das ist der Punkt, wo es zur Verhandlung wird. Ja. Lassen wir jetzt so stehen, mit Blick auf die Zeit. Ich finde den Lieferkettenfaktor einen ganz wichtigen, weil der heute Morgen in der Session besprochen wurde und weil wir einfach mitbekommen, dass das im Alltag total relevant ist. Ich habe vorhin zweieinhalb Sätze dazu gesagt, wo aus unserer Sicht die Lieferkette beginnt. Nach zwei Jahren Verhandlungen, die wir damals hatten und mittlerweile einigen Jahren, die wir mit der aktuellen Version leben, geht mir das leicht von der Zunge. Es war damals aber ein Dickbrettbohren, überhaupt erst mal festzulegen, wo ist das Ende der Lieferkette und in welche Richtung können wir dann wie weit denken. Denn hier, das muss man, glaube ich, relativ klar sagen, ist es für uns eine Glaubwürdigkeitsfrage, uns nicht nur mit dem Ort zu beschäftigen, wo der Bepper aufs Gerät kommt, ganz am Ende, sondern wir wollen ja an den Ort, wo die Menschenrechtsverletzungen passieren, vordringen mit den Aktivitäten. Und wir wollen uns als öffentlicher Auftraggeber absichern, dass nicht genau in dem Ende der Lieferkette, worauf wir noch Zugriff hätten haben können, Menschenrechtsverletzungen auftauchen. Also das hat auch was mit Risikomanagement zu tun. Ich sage immer gerne, ich möchte, wenn eine NGO Menschenrechtsverletzungen in einer Lieferkette auftut, reinen Herzens sagen können, meiner Ministerin und den Medien, ich habe getan, was ich konnte, um das zu vermeiden. Also das ist hartes Risikomanagement, was wir hier auch tun, finde ich. Also ich versuche mal, die Frage zusammenzufassen, dass wir es nachher auch auf dem Band haben. Und du sagst mir, ob ich es richtig mache. Also es gibt offensichtliche Herausforderungen in der Lieferkette, im sozialen, aber auch im ökologischen Bereich. Und wenn die Amtsstelle, wo du drin bist, merkt, da wird was heikel und das ist für uns ein Risiko, genau wie du es beschrieben hast, kann es auch mal sein, dass er euch proaktiv in solche Diskussionen einbringt und dann sagt zum Beispiel im Solarpanel-Bereich, da haben wir Risiken oder würdet ihr sowas nicht sagen? Also das ist ja, ich bin Bundesbeamtin. Ich bin Bundesbeamtin und an der Stelle würde ich sagen, das kommt auch darauf an, ob es intern oder extern ist. Also ich bin Bundesbeamtin und keine Politikerin. Ich habe einen spezifischen Auftrag mit der Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung, ist es zu diesen Themen zu beraten. Und wir haben in den zwölf Leuten, die wir haben, auch die Zuständigkeit, uns mit den Nachhaltigkeitsthemen für das Beschaffungsamt auseinanderzusetzen. Intern würde ich das auf jeden Fall so sehen, dass es Aufgabe der öffentlichen Auftraggeber, das heißt eine Organisationsstruktur ist, anhand der politischen Rahmenbedingungen, die wir haben, uns damit auseinanderzusetzen, wo die Risiken sind. Um das kurz zusammenzufassen, wir haben die SDGs, die Sustainable Development Goals. Natürlich ist Deutschland Teil. Natürlich steht da in 12.7 drin, dass wir uns mit nachhaltiger Beschaffung im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen, das ist übersetzt in die Nachhaltigkeitsstrategie, das ist übersetzt ins Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit, wo für die Bundesbehörden drinsteht, wie wir uns im eigenen Verwaltungshandel nachhaltig auszurichten haben. Und da steht das Thema nachhaltige Beschaffung drin. Und das ist meine Weisungslage, was dieses Thema betrifft. Also das ist wirklich ganz klar von oben runter dekliniert. Und deswegen kann ich da ganz klar sagen, als Bundesbeamtin, ja, den politischen Diskurs, das ist nicht Teil meiner Weisungslage, um das mal so zu formulieren. Was machen Sie, wenn die Industrie das in eine gewisse Richtung bringt, die Diskussion? Also das ist ja genau das, was passiert. Und das ist vielleicht auch was, wo ich nochmal zu dem Prozess dreieinhalb Sätze sagen kann oder sagen möchte. Für uns als Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung, die für sozusagen die öffentliche Seite die Verhandlungen führt mit Bitkom, ist es essentiell, dass wir unsere Stakeholder im Blick haben und auch einbinden. Das heißt, sowohl die Kenntnisse, die innerhalb der öffentlichen Stellen in der Bundesregierung vorhanden sind, als auch vor allem den Diskurs mit den NGOs pflegen. Und das ist für mich ganz klar ein wichtiger, also ein ganz, ganz wichtiges Feedback, was wir brauchen, um zu sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und auch was wir brauchen, um Maßstab zu haben. Weil wir natürlich die Anforderungen haben, also ich möchte mich nicht, wie sagen Sie das immer so schön, so schnell über den Tisch ziehen lassen, dass die entstehende Reibungswärme sich wie Nestwärme anfühlt. O-Ton-Elschner. Oder? Ist doch so. Ja. Das möchte ich nicht. Das ist essentiell und wichtig. Und dafür brauchen wir natürlich ein Feedback von den NGOs. Und wir haben das in unserem Prozess so gehalten, dass wir zu verschiedenen Verfahrensstadien eben die externen mit eingebunden haben. Wir haben zum einen mit den Zertifikatsgebern gesprochen und haben von denen Feedback zum Standard eingeholt. Und wir hatten auch noch mal eine große Runde, wo wir schriftlich und mündlich alle NGOs, die zum Thema Menschenrechte in der Lieferkette arbeiten und in der Sache fundiert hilfreich sein können, eingeladen haben, uns konkretes Feedback zu geben. Und das haben wir auch bekommen, dieses Feedback. Und dann ist es eine Frage des Maßstabs und an der Stelle fängt halt auch die Verhandlung an. Wir sind hier bei der Lieferkette, ja, also da geht es genau da drum. Wir sagen, wir wollen mehr, wir wollen weiter, wir wollen den Standard so weit schieben, bis wir sagen, wir haben getan, was wir konnten. Und dann gibt es die andere Seite, die hergehen muss und sagen muss, wir haben aber unsere Interessen und aus denen ergibt sich, dass wir an der und der Stelle nicht mitgehen wollen. Und gerade beim Thema Lieferkettentiefe ist das ein Schmerzpunkt. Ich hätte am allerliebsten, dass uns die Lieferkette so weit wie irgendwie möglich offengelegt wird und zwar mit Zertifikaten unterlegt. Ist doch klar. Das ist der Anspruch der öffentlichen Auftraggeber. So tief wie möglich und so konkret wie möglich nachgewiesen. Und dann kommt Herr Elschner und kriegt das Mieter. Ja. Also wir werden die Funktionsweise der Lieferkette gleich nochmal aufgreifen. Die Folie bleibt nicht umsonst an der Wand stehen. Aber ich habe Ihre Frage anders verstanden als die Kollegin. So, natürlich hat der liebe Gott dafür den Marktdialog erfunden. Und wenn wir jetzt darüber reden, ja, jetzt, ne? Wenn wir jetzt darüber reden, dass natürlich bestimmte Unternehmen und Sie, bitte, unterbrechen Sie mich, wenn ich den Faden falsch weiterspinne. Wenn jetzt bestimmte Unternehmen den Marktdialog nutzen, um ihre innovativen Produkte die einzigartig vielleicht sind, am Markt so zu positionieren, dass sie nachher, wenn man diese Einzigartigkeit der Nachhaltigkeit haben will, tatsächlich es nur noch diesen einen Bieter gibt, abgesehen davon, dass man als Lobbyist dann einen guten Job gemacht hätte. Aber tatsächlich ist das ja nicht zielführend, weil wir irgendwie den Wettbewerb aufrechterhalten wollen, damit wir den Auftrag nach wirtschaftlichen Kriterien vergeben können. Und das ist ein Dilemma. Und aus diesem Dilemma kann man auch, ich bin Rheinländer, ich darf das, ich komme aus einer Stadt mit B und vier Buchstaben, das ist Bonn. Gut, nicht B, okay, funktioniert hier nicht. Ich hatte da eine Pointe versteckt, aber Sie müssen nicht suchen. Man kann auch sagen, kann ein Angebot, ein Zuschlag wirtschaftlich sein, wenn das Produkt nicht nachhaltig ist? Wenn wir uns das leisten, Dinge zu kaufen, die nicht nachhaltig sind. Ich weiß, der Umkehrschluss funktioniert nicht. Ich muss sparen, koste es, was es wolle. Funktioniert nicht. Sondern ich habe natürlich irgendwie diese Nachhaltigkeit, die wir heute maximal erzielen können, wollen und müssen, auch irgendwie bezahlen. Und das ist eben genau dieses Dilemma, wie finde ich da einen Weg? Und dann möchte ich, weil wir heute Morgen schon mehrfach von Mut gesprochen haben, den man haben muss als Beschaffer. Also der Beschaffer ist ja eh für die Politik sowas wie der kleine Supermann. Sie müssen alle Wahlversprechen irgendwie mal abholen und durch das ausgegebene Geld die Gesellschaft gestalten und richten. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir eben tatsächlich die Notwendigkeit zu sagen, Sie haben es in der Hand, ob Sie wieder die Leistungsverzeichnisse nehmen von vor vier Jahren und sagen, Laserdrucker habe ich immer gekauft oder ich schaue mal, ob es andere Technologien gibt, die energiesparender sind oder ob Sie Sozialkriterien fordern wollen. Sie, alle, die Sie hier im Raum sitzen, sind keine Pioniere. Diese Verpflichtungserklärung wird jeden Tag in Deutschland verwendet. Sie nehmen sie auf, Sie fügen sie in ihrer Ausschreibung bei, es werden Ausführungsbestimmungen, es ist also keine Eignungsprüfung, es ist keine Produktprüfung und im Rahmen dessen, der Prozess ist da genau beschrieben, kriegen Sie nachgewiesen, was das Unternehmen aktiv tut, dass seine Fabriken, die für diese jeweilige Marke arbeiten, sich an diese Menschenrechte halten. Das ist keine Zauberei und Sie sind tatsächlich jetzt nicht irgendwie die Ersten, sondern das haben wir von Universitäten über den Bund, über viele, die das nutzen. Wir haben ja jetzt ein Spagat quasi gesehen oder das Spannungsfeld. Zu Beginn haben wir ja gesehen, Top-Down-Ansatz, Österreich, jetzt wird nur noch Fairtrade-Kaffee gekauft, basta. Deutschland sagt, okay, alles klar, wir arbeiten mit allen Stakeholdern zusammen, wir entwickeln das gemeinsam. Der Einstieg, den Sie, also das ist quasi der Bottom-Up-Ansatz, wir nehmen alle mit ans Boot und der Einstieg war ja, zu Beginn war das Feedback nicht besonders gut, was jetzt diese Ausschreibungsunterlagen betraf oder die, was diese Selbstzertifizierung, genau. Und jetzt würde mich mal interessieren, was war denn jetzt das Feedback auf das neue Vorgehen? Das neue Vorgehen ist einfach etabliert. Sie werden immer Industrievertreter finden, denen Sie gegenüber sitzen und denen Sie sagen, aber soziale Nachhaltigkeit werden wir dieses Mal mit ausschreiben. und da gibt es eine Verpflichtungserklärung, da gibt es auch Vertragstexte. Nee, ne? Können Sie doch nicht ernsthaft machen. Habe ich noch nie was von gehört. Ist ja fürchterlich. Aber glauben Sie mir, in so einer Struktur von so einem großen Konzern gibt es halt auch einen unten und einen oben. Unten links und rechts. Genau. Haben wir noch irgendwo Osten, Norden, also viele Richtungen. Und tatsächlich ist das so, dass die Hersteller auf diese Zertifikate vorbereitet sind. Und nicht nur die, die eine eigene Fabrik haben wie wir. Ein Vorreiter, und ich sage jetzt einmal, weil wir immer so Angst haben, die Firma ist, glaube ich, nicht im Raum. Ich wüsste es jedenfalls nicht. Selbst eine HP ist da super drauf vorbereitet. Also ein toller Mitbewerber von uns. Das ist gar keine Frage. Es ist nicht so, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass wenn Sie uns jetzt hier auf den Leiben gehen, Sie alle wunderbare Epson-Kunden werden. Nein. Ich vertrete hier den Bitkom und wir sind in diesem Bitkom so zusammengesetzt, dass wir uns gegenseitig mit dem ganz langen Lineal auf die Finger gucken. Also das, was wir hier haben, ist tatsächlich in der Industrie auf breiter Basis verhandelt. Nein, immer noch nicht. Gut. Und das ist Voraussetzung für uns. Also wir haben essentielles Interesse daran, dass das auf breiter Basis verhandelt ist, weil ansonsten hätten wir nicht das Angebot, was wir brauchen, fernab von allen anderen rechtlichen Grenzen, die wir dann überschritten hätten. Also für uns ist das essentiell, dass das breit verhandelt ist und breit akzeptiert wird. Und die Kritik 2013 war in erster Linie von Seiten der NGOs, dass wir uns nur mit einer Eigenerklärung beschäftigen an der Stelle. Und das ist ja hier jetzt genau das Gegenteil. Ja, dass wir wirklich ordentlich Schritte vorangegangen sind und dass wir immer noch die Kritik ernten an vielen Stellen, dass wir ein bisschen zu weit gegangen wären. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder die NGOs, die sagen, da geht jetzt aber mehr. Ja, also das ist ja Work in Progress. So. Sie mit der Lieferkette, bitte. Also, man gibt immer tolle Vokabeln. Eine Vokabel ist die identitätsstiftende letzte Handlung, die ein Produkt erfahren kann. Also das Aufkleben eines Namensschilds. Das ist nicht gemeint. Das ist kein Produktionsschritt. Das wäre hier der Warenkorb oder etwas in diesem Bereich. Darüber reden wir nicht. Wir reden nicht über das Lager in Deutschland oder in der Schweiz. Wir reden nicht über diese Dinge. Sondern wir reden tatsächlich über die erste Fabrik, in der das Produkt seine Funktion bekommt, wo es zusammengeschraubt wird. Das heißt, Boxclosing und es gibt viele Begriffe dafür. Wir nennen es einfach die erste Lieferkettenstufe. Und wenn eine Fabrik dieser Lieferkettenstufe auditiert wird, muss es nachweisen, wie es mit seinen Zulieferanten umgeht. Wie es sie anhält, die Menschenrechte einzuhalten. Wie es das kontrolliert. Wie es sein Lieferantenmanagement vollführt. Was es für ein Beschwerdemanagement gibt. All das, was in diesem riesen Programm dieser Management-Systeme abverlangt wird. Deswegen werden Sie auch kaum jemanden finden, der die Version 1 der Verpflichtungserklärung wirklich realisiert. Weil es ist die gleiche Arbeit. Es sind alles die gleichen Fragen. Wenn Sie, es gibt in Deutschland da so einen Standardwitz, ich erspare Ihnen den jetzt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man stellt dann eben fest, nee, komm, ich lasse doch keinen fremden Auditor rein. Ich mache das jetzt mal alles selber. Ich besorge mir die Unterlagen. Und wenn man dann so vier Wochen daran gearbeitet hat, sagt man sich, wo gibt es nochmal den Auditor? Das ist ja doch effizienter und richtiger und besser. Wenn wir jetzt also diese Fabrik zertifizieren, ist die nächste Stufe der Fabriken erfasst. Wie die angesprochen werden, wie die kontrolliert werden, wie mit denen gearbeitet wird, das ist Gegenstand dieser ersten Prüfung. Haben wir einen bedeutenden Auftrag, der wesentlich teurer ist, wir sind da bei 50 Millionen und mehr, sagen, die Verpflichtungserklärung von vier dieser Fabriken möchten wir aber ein eigenständiges Zertifikat sehen. Das sind die mit dem Kastel drum. So, und wenn wir die selber zertifizieren, dann haben wir deren Lieferanten wieder erfasst. Wir kommen also runter bis in die dritte Lieferkettenstufe bei Aufträgen über 50 Millionen. Das ist die Wirkweise dieser Verpflichtungserklärung. Genau. Was muss man jetzt wissen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken oder so. Genau. Also, wir geben ein Angebot ab und dabei legen wir uns fest, wie wir das nachweisen wollen. Dann erhalten wir natürlich den Zuschlag, weil wir super klasse Angebote legen. Und dann haben wir zwei Monate später bei den kleineren als 50 Millionen oder drei Monate später, wenn die Aufträge größer 50 Millionen sind, den Tag, an dem ich die Plausibilitätskontrolle ermöglichen muss und nachweisen muss, wo ich denn da stehe, wo mein Zertifikat ist und dergleichen. Genau. Den dürfen Sie gleich machen, aber dazu vielleicht noch ganz kurz. Es gibt in der Vergabepraxis, die wir in Deutschland so sehen, zu diesem Thema eine Alternative. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, den Zeitpunkt zu benennen, zu wann die Nachweise nach vorzulegen sind. Die Alternative wäre nämlich, dass man sich aufschreiben lässt, also dass man als Leistungsgegenstand schon definiert, oder beziehungsweise, ja, doch, als Leistungsgegenstand schon definiert, dass man sich aufschreiben lässt, was alles an Maßnahmen eingehalten werden wird bei Auftragsausführungen. Und das kann man entweder dann so machen, dass man sich das als Zuschlagskriterium vorlegen lässt und das dann bewertet. Das bedeutet aber, dass Sie diese Konzepte von den Unternehmen vorgelegt bekommen als öffentlicher Auftraggeber diese Konzepte bewerten müssen und in der Zuschlags-, also in der Matrix sozusagen bewerten müssen. Und das bedeutet, dass Sie die verstehen und verarbeiten und bis ins letzte Detail prüfen müssen. Und das müssen Sie kapazitär mal hinkriegen. Also sowohl von den qualitativen als auch von den quantitativen Kapazitäten. Und für die Unternehmen bedeutet das, dass die das schreiben müssen. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann hergegangen sind und gesagt haben, ja, ja, Herr Elschner. Wir haben gesagt, wir möchten das gerne im Laufe des Auftrags machen. Jetzt wird Herr Elschner sagen, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir ein Angebot abgeben, wenn wir nicht eh schon wüssten, dass wir die Zertifizierung haben. Und deswegen bleibt sich das am Ende gleich. Korrekt? Das ist, was Sie sagen wollen. Das ist keine, ja. Ja, so. Also ist mir schon klar, für uns macht es jedenfalls einen Unterschied. Und für die Industrie macht es aber eigentlich schon auch einen Unterschied. Mit Blick auf die Zeit lassen wir es auch hier bewenden. Das ist jetzt ein spannender Punkt, wo wir auch von unserer Seite anknüpfen können. Sie haben gesagt, es gibt die Möglichkeit, das durch ein paar Zertifikate zu erledigen. Oder ich mache jetzt, ich formuliere ein bisschen leinhaft, irgendwas Selbstgebasteltes im weitesten Sinne. Solange es Third-Party-Sicherheit drin hat. Ja, aber Entschuldigung. Der Punkt ist der, dass ich von Ihnen gerne wissen möchte, wie gross ist der Anteil der Akteure in ihrem IT-Markt, die rein mit Zertifikaten arbeiten und wie gross ist der Ersatzlösungsanteil bei den gelegten Angeboten? Haben Sie dazu irgendeine Zahlen oder eine Einschätzung? Mir ist niemand bekannt, der es auf dem Weg Nummer 1 gemacht hat. Alle haben ein Zertifikat. Es gibt Sonderfälle von deutschen Softwareherstellern, die natürlich irgendwie mit einem asiatischen Überprüfungsbetrieb, also da gibt es selbstverständlich welche, die ihre Arbeit in Deutschland auch über den Weg 1 darlegen, das aber dann natürlich auch eine ganz andere Arbeit ist, als wenn ich in China versuche, einen originalen Lohnstreifen zu kriegen. Das kann man nicht vergleichen. Aber tatsächlich rennen viele Unternehmen los und sagen, ja, jetzt machen wir das selber und auf der Hälfte der Strecke stellen sie fest, Wahnsinn, ich gehe wieder zurück, hole mir ein Zertifikat und dann passt das, das auf jeden Fall. So, jetzt haben Sie also einen Lieferanten vor Augen. Sie haben mit dem auch auf ganz toller Top-Ebene gesprochen und der sagt, das habe ich nicht. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Das war natürlich am Anfang dieser Erklärung so. Am Anfang war die Industrie nicht so darauf vorbereitet, wie sie es fünf Jahre später ist. Das Ding ist von 2019. Das ist dieser Zeitraum vor Corona. Das ist länger her. So, und deswegen gibt es den klaren Willen, dass sich die Unternehmen auf den Weg machen. Es ist gar nicht entscheidend, dass sie das schon haben. Wenn sie zwei Monate, bitte, zwei Monate, beziehungsweise drei Monate nach Bezugsschlagung erklären, ich bin auf diesem Weg und habe einen entsprechenden Auftrag erteilt, habe den Point of No Return überschritten, dann ist das in Ordnung. Auch in der Handreichung legt das diese Verpflichtungserklärung dar, dass wenn er dann offen und klar kommuniziert und transparent handelt, dann soll er sich die Zeit nehmen, die er dafür braucht. Und unter Corona haben die Reisezeiten von Kontrolleuren, die sich dann frei in Fabriken bewegen durften, die dann mal nicht geschlossen waren, natürlich Monate gebraucht, um überhaupt den nächsten Bearbeitungsschritt dieses Audits hinzukriegen. Aber solange er sich auf dem Weg ist, solange er dieses Thema ernst nimmt, ist das für den Beschaffer und für den Lieferanten und für den Bieter und für dieses ganze Verfahren kein Problem. Wir haben übrigens auch keinen einzigen Fall zur Kenntnis bekommen, wo jemand gesagt hat, ja, ja, ich mache das und der Einkäufer wird doch hoffentlich irgendwann die Klappe halten und nicht mehr danach fragen, aber ich mache es natürlich nicht. Sondern tatsächlich haben alle dann auch irgendwann dieses Zertifikat abgeliefert. Und es geht um die Kilo-Kernarbeitsnormen und wir haben viele von diesen Normen in der Hightech-Industrie, wo man sagen könnte, das macht ja auch keinen Sinn. Wenn wir schon über so etwas sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Overtime. Also es geht auch um den Umgang mit Überstunden und mit dem, wie dort Menschen acht Stunden arbeiten, damit sie am selben Tag das Recht bekommen, nochmal acht Stunden arbeiten zu dürfen. Also wir gucken sehr wohl auch auf die Probleme, die wirklich da sind. Wir haben in der Endfertigung von PCs nicht mit Kinderarbeit zu tun. Das ist an der Stelle nicht unser Problem. Wir haben vielleicht eben mit Menschen zu tun, die zur Arbeit angehalten werden. Also einen Punkt würde ich Ihnen gerne noch mitgeben, weil wir das einfach oft gefragt werden und ich das der Vollständigkeit halber Ihnen mitgeben möchte, nämlich was passiert eigentlich, wenn? Also was wäre denn eigentlich, wenn? In der Praxis ist es so, dass wir die Unternehmen eigentlich fast immer, also es gibt immer mal Themen, die bearbeitet werden müssen mit einzelnen Unternehmen, aber in der Praxis liefern die Unternehmen, was der Bitkom versprochen hat. Im Prinzip ist es so, also Bitkom hat das verhandelt, die Unternehmen kennen das und deswegen läuft es auch durch und wenn es Probleme gibt, dann werden die im Einzelfall abgearbeitet. Was die Verpflichtungserklärung aber beinhaltet, ja, die kommt auch noch gleich, was die Verpflichtungserklärung aber beinhaltet, sind natürlich auch Möglichkeiten, mit Verstößen umzugehen. Sollte es so sein, dass ein Unternehmen entweder die Nachweise nicht nachliefert oder einen nachweislichen Verstoß für Menschenrechte, also für einen Menschenrechtsverstoß in der Lieferkette gibt und dieser Verstoß nicht bearbeitet wird, dann hätten wir die Möglichkeit, sowohl eine Vertragsstrafe auszusprechen, als auch schlimmstenfalls den Vertrag zu kündigen. Und das ist für uns als öffentlicher Auftraggeber, finde ich, total wichtig, dass es kein stumpfes Schwert ist, sondern dass wir auch bei laufendem Auftrag Möglichkeiten haben. Mir ist kein Fall bekannt, wo es so weit kommen musste, dass eine Vertragsstrafe ausgesprochen werden konnte und schon erst recht keiner, wo tatsächlich der Vertrag gekündigt werden müsste. Das bin ich auch ganz ehrlich, bin ich sehr froh drum, weil das würden wir nicht haben wollen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir das Ausschreibungsverfahren von vorne machen müssten. Und das wäre für die Unternehmen, aber wiederum finde ich auch ein klarer Offenbarungseid, wenn es so weit käme. Deswegen passiert das tendenziell, also bisher zu meiner Kenntnis nicht passiert. Ich erwarte das auch nicht. Sie wollen uns mitgeben, dass es eine Handreichung gibt. Genau, es gibt eine Handreichung dazu. Das fanden wir wichtig. Das haben wir jetzt bei der aktuellen Version geleistet. Ehrlich gesagt auch mit sehr viel Blut und Schweiß, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben versucht, alle Praxisfragen aus Bietersicht, genauso sehr wie alle Praxisfragen aus Sicht der öffentlichen Auftraggeber, simpel zusammenzufassen und haben das in eine Handreichung gepackt, die im Übrigen, soweit ich weiß, auch mittlerweile übersetzt ist, richtig? Ich meine, die ist auf unserer Webseite auch auf Englisch übersetzt, publiziert. Und das ist deswegen wichtig, weil Sie wissen besser als wir, wir müssen das kommunizieren, auch auf einer anderen Sprache als Deutsch, weil das ist ein internationales Thema. Und dazu der zweite Hinweis. Auf der Webseite der EU-Kommission findet sich die Verpflichtungserklärung übersetzt in alle europäischen Sprachen. Auch das halte ich für sehr wichtig, weil man sie auf die Art und Weise sehr gut auch den Konzernzentralen, die woanders sitzen als hier, kommunizieren kann. Sehr durch. Sie auch? Alles klar. Herr Elschner hat angefangen, ich höre auf. Ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, es war ein bisschen ein Deep Dive. Also ich glaube schon, dass wir relativ viel vorausgesetzt haben jetzt bei unserem Vortrag. Ich hoffe, dass wir Sie mitnehmen konnten. Ansonsten sind wir hier auch noch ein bisschen über diese Session hinaus und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung. Sensationell. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Nicht nur für das, was Sie uns erzählt haben, sondern auch, ich würde sagen, für die Rollenmodellqualität der Art, wie Sie miteinander umgehen. Das ist ein Erlebnis an sich auf der gruppendynamischen Ebene, ganz unabhängig von dem, was Sie uns dargelegt haben, was uns zeigt, was bei entsprechendem Willen möglich ist. Das ist der Punkt. Gewissen Akteurinnen und Akteuren bei uns fällt schlicht die Fantasie dafür, was geht, wenn man denn möchte. Und daran müssen wir arbeiten. Das ist unsere Hausaufgabe. Wir haben ganz am Schluss diskret erwähnt, da gibt es noch das Thema Konventionalstrafen. Bei uns ist immer der erste Wirtschaftsverbandreflex, wir wollen grundsätzlich keine Konventionalstrafen. Das ist völlig klar. Der erste Punkt, wo das durchbrochen worden ist, sind die Kartellabsprachen. Im Kanton Bern gibt es eine Verordnung, die klar sagt, jeden Vertrag steht drin in der Baubranche. Wer beim Kartellrechtsverstoss erwischt wird, bezahlt eine Konventionalstrafe. Wir diskutieren nicht über Schadensnachweis. Es ist eine Verordnungsbestimmung, die jeden Einkäufer verpflichtet, für den Fall des Kartellrechtsverstosses eine Konventionalstrafe vorzusehen. Ende der Debatte. So weit, so klar. Das ist auch noch nicht in den Köpfen der Leute angekommen, dass wir da in einem neuen Zeitalter sind. Aber das wird uns auch bei anderen Themen einholen. Der Punkt ist der, ist es so, gibt es eine Weisung für deine Leute, dass sie diese Konventionalstrafe vorsehen müssen? Oder kann der einzelne Einkäufer entscheiden, möchte ich jetzt gerne oder habe ich eher keinen Bock drauf? Das Ding ist eine Mustererklärung. Also wir haben das verhandelt als Mustererklärung für Bund, Länder und Kommunen. Nimmt man es als Mustererklärung, sind die Vertragsstrafen somit vorgesehen. Natürlich können wir niemanden daran hindern, diese Verpflichtungserklärung in seinem Sinne zu ändern. Der Reflex ist dann aber ein anderer. Also nimmt man die Mustererklärung, ist der Reflex auf der anderen Seite, das ist jetzt eigentlich ehrlich gesagt eher der Text von Herrn Elschner, aber dann sieht man auf der anderen Seite einen öffentlichen Einkäufer oder beziehungsweise jemanden, der das gewohnt ist, mit dieser Verpflichtungserklärung umzugehen und der deswegen auch den Gesamtstandard verwendet. Fängt man an, an dieser Stelle Änderungen oder überhaupt an der Verpflichtungserklärung Änderungen vorzunehmen, dann bedeutet das, dass dieser Reflex nicht mehr funktioniert. Also das muss man schon sagen. Ansonsten in der Mustererklärung sind die Vertragsstrafen und die Sanktionen so, wie sie sind, vorgesehen. Okay. Das heisst, ich verstehe das Statement so und gucke auch Herrn Elschner an dabei, dass der Anreiz so ist, diese Mustererklärung relativ unverändert im Verkehr einzusetzen. Ja, sie wird so verwendet, wie sie da ist. Wir haben keine abgespeckten oder aufgepimpten Varianten im Markt. Wir haben nur der Ordnung halber, Sie können mich nachher auch als zickig bezeichnen, es gibt diese Strafen zweimal in dieser Verpflichtungserklärung. Einmal für den Bieter, falls er die Kooperation einstellt und sagt, was waren nochmal Menschenrechte? Ich habe das irgendwie nicht richtig verstanden. Und auch wenn der Hersteller, der da involviert ist, sich auf taub stellt. Das müssen wir der Fairness halber zusagen, dass das in beiden Fällen drin ist. Und, ich glaube, das müssen wir auch noch sagen, weil sonst kommt es vielleicht auch noch ein bisschen komisch rüber, wenn Sie sich jetzt eine Ausschreibung vorstellen für Arbeitsplatz-PCs. Monitore, Halterung, PC, Tastatur, Maus, Kabel, Steckerleiste, keine Ahnung, was Sie alles brauchen. Schönes iPad, was weiß ich nicht, also so ein Mauspad, wollte ich sagen. Dann geht es dabei nicht, aber blöd, ne? Also, da geht es nicht darum, dass jedes dieser Teile durch diesen Prozess läuft, sondern die Verpflichtungserklärung, die wir vereinbart haben, bezieht sich immer auf den Hauptleistungsgegenstand. Also das Ding, was am häufigsten oder am teuersten in dieser Ausschreibung vorkommt, damit es eben auch für Sie als Einkäufer händelbar bleibt und nebenbei auch für uns. Vielen herzlichen Dank. Eine Frage, bevor wir hier aufhören und Sie in die wohlverdiente Pause entlassen, wer möchte? Sind Sie so erschlag? Nein, das kann nicht sein. Hier, ich wusste es. Entschuldigung. Ich habe eine Frage an Herrn Eschner. Und zwar haben wir ganz am Anfang eine Folie gesehen, wo Sie diese vier Zertifizierungen gezeigt haben. Da stand auch RBA drauf. RBA ist ja ein Branchenkonsortium, das diesen SR8000-Standard in den Fabriken überprüfen lässt durch firmeneigene Auditoren. Sie schütteln den Kopf. Also ich kann Ihnen das schriftlich geben, dass das so ist. Jetzt kommt noch die ergänzende Frage. Wenn es dann ja Feststellungen gibt und die gibt es bei jedem solchem Audit, muss es ja geben, sonst wären wir alle fehlerfrei, ist das dann nicht eine Inzucht, wenn man sich selbst überprüft und nicht durch eine unabhängige dritte Stelle, zum Beispiel durch TÜV Rheinland, die Fabrik prüfen lässt und dann eben auch einen Correction-Action-Plan hat und der auch dann korrigiert werden muss. Da habe ich so meine berechtigten Zweifel und es gibt eine wunderbare Studie von der Ilse hinten dran, auch noch ein bisschen großer Report ist, aber genau, der diese Problematik auch ganz detailliert durch Elevator beschrieben hat. Also diese Umsetzungsproblematik. Vielen Dank. Nicht so gern, wenn du eine Diskussion anfängst und am Anfang schon sagst, der Recht hat. Das ist nicht so mein Stil. Herr Elschner, bitte. Also, Sie haben bestimmt gemerkt, ich bin ein Anhänger der guten Unterhaltung, also hauen Sie drauf, alles andere macht dir keinen Spaß. Der RBA ist ein Mitgliederklub. Da gibt es nichts zu beschönigen, wie der Amphori auch. Der TCO ist das nicht und der SR8000 ist das auch nicht. Wenn ich aber tatsächlich mich auditieren lassen möchte beim RBA, dann muss ich am VIP-Programm teilnehmen und dann durchlaufe ich das Gleiche wie beim SR8000, dass ich erst ein Self-Audit ausfülle, bevor die Auditoren in die Fabrik geschickt werden. Ich habe keinen Einfluss darauf, welche Auditoren dahin geschickt werden. Es ist nicht so, dass das meine Auditoren wären oder ich diese Menschen zweimal sehen würde. Alleine der Glaubwürdigkeit halber entsenden Sie auch nicht zweimal denselben. Es sind übrigens immer drei, die da kommen. In diesen Correction Plans haben wir beim RBA natürlich den Vorteil, dass wir die bekommen und die abarbeiten müssen, das auch dokumentiert wird, in dem Status Gold und Platin aber nicht kommuniziert wird. und ich sagen kann, dann kommt er nochmal wieder, bis ich dann sozusagen das auch mit dem gewünschten Ergebnis durchziehen kann. Bei dem Silberstatus, wenn ich den in der Verpflichtungserklärung benutzen würde, könnte es ja sein, dass etwas nicht in Ordnung ist, was aber keine ILO-Kernarbeitsnormen betrifft. Dann könnte ich dieses Zertifikat verwenden, wenn ich denn diesen Auditbericht veröffentlichen würde, findet der Inhaber von der Fabrik nicht so sexy. Also ist in der Regel der Fall eher der, dass sich das Audit hinzieht, der Corrective Action Plan abgearbeitet wird und dann das Zertifikat durchgezogen wird. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich sagen würde, 80% der Branche sind im RBA. Also unsere Verpflichtungserklärung, ob wir das gewollt haben oder nicht, war natürlich ein Booster für die und die sind uns auch unheimlich sympathisch zugetan, weil die haben ihre Mitglieder, glaube ich, verdoppelt und die Audits haben sie vervierfacht. Vielen herzlichen Dank. Also wenn alle mal auf dem Niveau sind, der Diskussion, dann würde ich sagen, wir haben ja keine Branchenprobleme mehr. Die Schweiz steht an einem Ort, wo sie erst zu merken beginnt, dass wir in der Glaubwürdigkeit der Umsetzung im sozialen Bereich genauso grosse Challenges hatten wie im ökologischen. Das ist der Stand der Debatte bei uns. Was aber gehen könnte, wenn man wollte, das sieht man hier und darum danke ich allen beteiligten Referentinnen und Referenten sehr. Zunächst natürlich die schweizerische Seite, die da mutig eingestiegen ist. Vielen herzlichen Dank. Applaus bitte noch mal. Und jetzt natürlich besonders verdiente irgendwelche Esskörbe müssen das sein, keine Ahnung, für die deutsche Seite und noch mal ein ganz grosses Kompliment für die Art des Vortrags und für den Inhalt. Applaus bitte. Applaus 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 Vielen Dank.